Wir sind die Band Groove Tees Wir wollen heute eine kleine musikalische Zeitreise mit euch machen. Wir spielen Titel aus dem Jahr 1957 und wir beginnen auch gleich mit dem Stück von Elvis Presley, nämlich dem Jailhouse Rock. Wir wollen heute eine kleine musikalische Zeitreise mit euch machen. Wir wollen heute eine kleine musikalische Zeitreise mit euch machen. Wir wollen heute eine kleine musikalische Zeitreise mit euch machen. Wir wollen heute eine kleine musikalische Zeitreise mit euch machen. Wir wollen heute eine kleine musikalische Zeitreise mit euch machen. Wir wollen heute eine kleine musikalische Zeitreise mit euch machen. Wir wollen heute eine kleine musikalische Zeitreise mit euch machen. Wir wollen heute eine kleine musikalische Zeitreise mit euch machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020